Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Tomb Raider. In den letzten Folgen ist einiges passiert, die müsst ihr euch unbedingt noch angucken. So viel Action. Gut, wieder rein, retten sie Sam und finden sie einen Weg von der Insel zu entkommen. Da sind wir jetzt, durchsuchen sie das Kloster nach Sam. Auf geht's, verbessert haben wir schon alles. Ich glaube, die Schrotflinte, die haben wir jetzt schon total verbessert, kann es sein? Gibt es da einen Unterschied? Aber bei der Pistole ist das ein, naja, egal, so ein anderer Schuss. Äh, bei der Pistole, die ist ein Dreier-Schuss. So. Dann, brech mir auch mal diese Tür auf. Ich komm wieder hin. Oh, da war einer. Und wir sollten uns auch ein bisschen beeilen. Oh. 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 Oh, nein. Das ist so Ding. Achso. Oh, je. Ist das Ding zu explodieren? Das scheint ein Ding zum explodieren zu sein. Oh, das wollte ich nicht. Oh, nein. Oh, je. So. So. Bam. Und jetzt aber. So. Nein. Nein. Mann. So. Nochmal. Wo sind wir jetzt jetzt mit der linken Seite? Oh, oh. Doch, der hat den gesetzt. So. So. So, hier gibt es noch einige Munition. Falls wir noch was brauchen. So, jetzt kommt mal her. Oh, da ist einer. Jetzt. So. Nein. Oh, Mann. Dann mache ich es halt so. Na. Verdammt. Ich möchte hier exekutieren, aber das geht alles nicht so gut. Da müssen wir wohl einfach draufhauen. Die halten halt echt mega viel aus. So, jetzt kriegen wir dich jetzt mal. Oh, nee. Waren so viele plötzlich. So. So. Und nächster. Und nächster. Und jetzt noch du. Sehr gut. Haben die was dabei. Warum so viele wieder? Uäh. So. Puh. So. Und. Und. So. Puh. Kommt da noch was. Das war jetzt wahrscheinlich erst die Krieger. Deine Bogenschüsse sind noch da, oder? Oh, nein. Was ist das für welche? Leute. So. Wo sind noch Fässer? Verdammt. So. Oh, Mann. Geh mal zu spät. What? Oh. So. Was macht der jetzt? Hat er das nicht gesehen? Doch, da hat er es gesehen. Uäh. Uäh. Puh. So. Sind da noch welche? Natürlich. So. Rein da. Und. Rein da. So. Nächster. So. Und. Nochmal hier. So. Puh. Ach, da liegt noch einer. Nein, das ist. Ups, da ja. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, das ist der Winddeck gerade zu leer macht. Wo sind wir denn gerade hier? Festung an der Schlucht. Oh nein. Oh. Ich wollte hier reinschießen. So. Wie viel denn noch? Wie kann ich das wegschießen? Und nochmal das gleiche Spiel. Warum denn gleich so viele? Die Schlucht. So. Komm. Tschüss. So Und noch mal hier Bäm Nein Da war noch einer irgendwo Da Boah So viel zu Letzten Folgen Action lastig Was ist das hier Was ist das hier Schauen wir noch mal kurz So ich hab doch da oben Legt noch jemand Aber nö Brauen wir nicht Brauen wir nicht Brauen wir nicht Brauen wir nicht Okay Habe ich die jetzt da ausgenommen Ich glaube schon oder Jo Aber kommen wir ja noch mal schnell nachschauen Bom So na gut Dann schauen wir mal Da rein Natürlich muss der Kloß noch kommen Ich hab das Gefühl Die Sonnenkönigin Hilft da ein bisschen mit Schrein an der Schlucht Und natürlich Neues Lager Heilige Halle Natürlich fällt die Tür zu Wie auch sonst Ausrüstung Schauen wir mal kurz Was wir hier noch Verbessern können Ich glaube das kostet aber 500 Jawohl Haben wir noch hier 90 Was haben wir hier noch Ich verbessere die Mechanik Hinter dem Schaden Machen wir das noch Polierter Lauf Haben wir da 100% Schön 90 100 Und hier Ein bisschen was Ah den Bogen benutzen wir in letzter Zeit Einfach so wenig Ach hier gibt es doch was Lager, Dokumente, Reliquien Diese chinesische Töpferware ist jahrtausende alt Könnten sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Hm 34% Munition ist immer bei uns voll Warte mal Was Hier haben wir noch was Wir hatten Niemals Eine Chance Sie haben auf uns gewartet Hunderte von ihnen Wir haben es nicht mal Bis zur heiligen Kammer geschafft Wir hatten von Anfang an Keine Chance Und jetzt warte ich darauf Dass meine Ahnen mich zu sich nehmen Ich kann sie hören Die Oni töten meine Brüder Fressen sie Verschlingen ihre Seelen So viel Tod Ich Ich bin der Letzte Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen erhört mich bitte Bringt mich von hier fort Bevor die Oni mich holen Bitte bringt mich ins Jenseits Lasst mich in Frieden sterben Diese armen Soldaten Sie hatten keine Ahnung warum sie hier waren Und sie sterben ganz alleine Ich muss dem ein Ende bereiten Dann durch diese Tür Oh nein Sieht aus als gibt es hier jemanden zum Fressen Oder was zum Fressen? Jemand der was frisst Lara ließ mir keine Wahl Hätte ich geglaubt sie würde mitspielen Hätte ich sie eingeweiht Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte Sie ist nicht skrupellos genug Und diese Entdeckung muss mir gehören Ich hab die Grenze überschritten Mein guter Ruf wäre dahin Also gut es tut mir leid Aber sie darf die Insel nicht verlassen Die anderen auch nicht Und was immer mit Sam passiert Macht die ganze Geschichte noch sensationeller Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden Also muss ich mich nach Abschluss des Rituals Schnellstmöglich absetzen Ich bin der perfekte einzige Überlebende Und kehre dann mit den Behörden zurück Mit Kameras Und einer angemessen überzeugenden Trauer Na Whitman du Narr Am Ende ist dein Ehrgeiz mit dir durchgegangen Jawohl Warte hier irgendwas zum Drehen Jetzt schauen wir kurz was da oben noch ist Schreinerschluch Komplette Karte Belohnungsorte So Haben wir hier noch was Das liegt dort unten Okay Oh je was ist das denn jetzt Was ist das denn Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chiang in Thailand Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Boah Das ist eine Ah ich hab die Idee Das ist eine gute Frage Ich glaub mit der Glocke hier Oder was das auch immer sein soll Wenn wir die jetzt hoch Ja wir ziehen die jetzt hoch Dann waren wir auf der perfekten Seite vorher Sehr schön So So Komm Und Rums Kann man sich in der Glocke festhalten? Sieht so aus Oder Ich glaub schon dort oben Hm Wenn wir die an uns ranziehen Und dann hoch gehen Vielleicht Schauen wir mal Und ich weiß nicht Ob die so weit schwingt Okay Okay Macht sie nicht Vielleicht kann man sie auch einfach doch nicht da festhalten So macht es da Keinen Sinn Schuh Schuh Riechenes Loch So Probieren wir mal was anderes Warte was haben wir hier Ist das was? Nö Sieht aus wie ein Knopf Ach ne das ist einfach nur ein Zahnradach So Vielleicht so Oh ja so Na gut Ich würde aber sagen Das machen wir in der nächsten Folge Ich bedanke mich fürs zugucken Und warum bin ich eigentlich runtergesprungen? Und dann Gehen wir in der nächsten Folge Dort Weiter Bis dann Danke Ciao Da Untertitelung des ZDF, 2020